Moin, ich bin Cili, und ich bin Sandy, und ich bin ILL. Und wir warten noch auf der LÜG. Weil der LÜG als Mat-Initiator von einer Leserei, die wir seit 2013 machen, den Impossible Readings, mit denen wir Lesungen immer mehr und mehr los machen. Und für die siebte Edition haben wir zwölf Lützebäuer Schriftsteller als sechs Lützebäuer Musikartisten gefreut für ein ehemaliger Projetmarziment, den 2. Juli am Kader von einem Senior Moodam aufgefordert wird. Prinzip des Kaya, der echter Schriftsteller hat einen Text geschrieben und dem sein An wird als Anfang benutzt von dem Nächsten. Das wird zwölf Mal wiederholen. Und Resultat aus dem dreispruchischen Text, den wir dann den 2. Juli hier am Moodam werden in einer zwölf Stunden Lesung präsentieren. Die Lesung wird aber rhythmiert von Live-Auftrittlern, von Musikkünstlern, des Luhumer Fangglitters, in Emre ist sehr windig, das Radial, Plastikpedestrian. Aufholstunden, also wie wir haben, ich gesagt, holen wir noch nicht mehr. Eigentlich erzähl ich, unten haben wir eine Lesung, die ein Fähre schon das Transpitte wird dauern, nur noch ein Fähre schon das Transpitte-Konzert, vielleicht ganz schön aufzuholen. Für die Leute, die randen an der Rad füllen, oder die die Füllung füllen, hätten das auch kein Problem. Für sie haben wir zwei Moderatoren besorgt, die die Zurückwerte werden zwölf Stunden durch die ganzen Oben feiern, an denen auch wieder ein Adverstehen. Der 2. Juli, also wir wollten dafür, dass der ganze Text für den Oben kreiert, genaß aus Burrera spielt bei Edition Idre, wenn ihr noch aufgekommt, dass ihr schon heikar könnt. Voilà, ich bin ganz gefreut, den ersten 2. Juli am Pavan von Moodam begrüßen zu können für die langste Lesung, aber wie ihr alle, das nur gemacht. Merci. Vielen Dank.